hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen part von splatoon online im letzten part haben wir ja nach kommentiert die also meine reaktion von der e3 ja haben wir da halt gesprochen wie es halt gefunden habe und da ich da ja standard kampf gespielt also da ist im hintergrund lief ja standard kampf ja dann mache ich halt diesmal rankampf auch wenn es jetzt live kommentiert ist aber scheiß drauf ich schaue jetzt wegen den waffen dass ich da so nehmen soll was tut sich denn ja ich nehme mal das da auch wenn ich verlieren werde ist mir wurscht ich nehme das da und los geht's dann suche nach kämpfer suche nach kämpfer und wieder kein internet leck mich wir sehen uns einfach gleich soll er jetzt hat er doch noch kämpfer gefunden das ist sehr gut so der center nicht so meines nicht so meines naja wurscht wir haben ein sniper im team das ist sehr wichtig glaube ich ein sniper im team zu haben ist sehr wichtiger wenn man kein sniper hat es ist sehr schwer ein paar eine partie zu gewinnen weil ja ich rede von erfahrungen so und da haben wir schon glaube ich ja da haben wir schon mal in den arsch bekommen und bämm scheiße weg da weg da die hoch hoch geht hoch einfach bitte rein nicht unterfallen na was war das eine scheiße jetzt ich bin ich gestorben aber herunter gefallen ja super Leute, wir brauchen jetzt gleich die Herrschaft, sonst verlieren wir. Bemüht euch doch mal. Oh, Fug. Das war gut von demjenigen. Aber ihr bekommt das zurück. Nämlich hier. Wir haben verloren. Schade. Schade, schade, schade. Und die haben das richtig gut eingefärbt. Also wenn man blind ist, dann sieht man gleich, wo hier die Herrschaft war. Eieieiei. Ja, aber die hatten auch 2 C in der Gruppe, oder? Ne, wir hatten 1 C. Ja, doch schon. Die hatten auch 2 C in der Gruppe. Ne, wir hatten 2 C in der Gruppe. Und haben 13 verloren. Oh, oh, oh. Und wieso wird das gezielt als tot? Das finde ich voll unfair, wenn man runterfällt, als es tot zählt. Och. Also, dass ich, wenn ich jetzt beispielsweise ins Wasser fall, nicht gleich, nicht, dass alles tot gezielt wird, weil, das finde ich dann ein bisschen unfair. Ja. So, kam jetzt, ich gehe da lang. Leute, ihr müsst das auch hier einfärben. Und ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Aber trotzdem. Das hier musstet ihr auch alles einfärben. Ich gehe mal da hoch. Da gehe ich auch schnell hoch. Oh, die haben schon ein 10 angehalten. Nicht gut. Achso, warte. Ich habe ja nicht die, ähm, normalen Bomben. Scheiße. Woher kommt der jetzt? Warte, die greife ich jetzt von hinten an. Diese hobbylosen Spaßen da. Greife ich von hinten an. Ach, das geht runter, ne? Ach, fuck. Ah, nein, 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 nein. Er hat uns gesehen, er hat uns gesehen, er hat uns gesehen. Okay, ich gehe da runter. Ah. Bombe. Wieder jetzt hoch. Scheiße. Wieder verloren. La, 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 meine. Fuck. Was ist denn jetzt los mit uns? Mit mir. Irgendwie bin ich dumm. Und doof. Und scheiße. Und kacke. Und alles. Ich, 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 0, 0. Na ja. Hauptsache positiv. Mehr oder weniger. Na ja. Wurscht. So, neue Gruppe. Neues Glück. Hoffentlich. Du, 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 du. Maria. Wir haben ein Mädchen im Team. Na ja, gut. Nicht nur wir. Nein. Boah. Wenn ich jetzt runtergefallen wäre, ne? Ich schwör's dir. Dann hätte ich, dann hätte ich, ich weiß nicht was. Geh lieber da, weil, das gehen die meisten dann hin. also, die Lila nennen dann, jetzt gleich. Scheiße. Ein hab ich schon mal getötet. Da ist der nächste. Schaff ich den Sprung? Ja, ich schaffe ihn. Jetzt schnell da hoch. Oh, jetzt gehe ich ab, Leute. Warte, da kommt jetzt einer. Komm. Ende. Gewonnen. Ich war jetzt ausnahmsweise gut. Mir hat dieses Match gefallen. Ich war gut. Wer war gut? Der Pat war gut. Yes. Sehr schön. Endlich mal wieder eine schöne Partie. Kann so ruhig weitergehen. 6-0. Seht euch das an. 6-0. Ich bin zufrieden. Ich war sehr zufrieden jetzt. So, nächstes Match. Komm. Weiter geht's. Los. 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 Weiter geht's. Wieder auf den Arona Center. Können wir mal bitte den Kugelfisch, das Kugelfischlager sehen? Wäre geiler als so ein Arona Center. Nein, wieso ist Maria nicht in unserem Team? Die war doch so süß. Also. Beim Einspritzen. Ah, 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 lustig. Geht du lieber da runter, oder? Oder soll ich? Okay. Dann mach ich. Hier ist aber auch keiner. Du, hier war keiner. Schämt euch alle. Und spring. Schnell hoch. Was? Da war eine, ne? Da war einer. Komm her. Spassi. So. Den treff ich, komm. Ah, war das genial. Ich hab keine Zinze mehr. Nicht so gut. Ah. 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 Was? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Alter, ich hab zwei auf einmal gekillt. Ich hab gedacht, ich sterbe schon wieder. Aber nein, nein. Nein, wir haben wieder gewonnen. Aber das war die Stift. Geil, Alter. Ha. Kann so bitte weitergehen. Das war so geil. Mein Team ist richtig cool. Drauf. Aber ich sollte die... Oh, 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 oh. Komm, nix ist Match. Nix ist Match und dann... Dann erreiche ich die C. Also den Rang C. Komm, please. Das muss jetzt klappen. Komm, wenn ich jetzt Rang ziehe, noch heute schaffe. Alter, dann. Oh, bitte. Bitte. Ach, DaddyDoc ist auf der anderen Seite. Okay, wir schaffen's nicht. Wir schaffen's nicht. Bei DaddyDoc ist der Einzige auf C. Der Einzige, nicht der Einzige. Einzige gibt's ja nicht. Nur Einzige. So wie... Warte mal. Jetzt gibt's ja noch ein Wort, was viele, viele falsch sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Yes. Warte, kommt noch einer? Nee? Okay. Dann will ich mich hierher setzen. Setzen vor allem, ja. Das Gegner führt schon. Dann führe ich jetzt mal hier... Oh, gleich zwei auf einem Streich. Gleich den nächsten los. Nicht? Okay, dann machen wir hier mal ein bisschen was. Ich hab Angst, der nicht gekommen. Jetzt kommt einer. Ah. Nix, da kommt. Team, was ist mit euch los? Oh, oh. Da war einer. Da kommt der Nächste. Sehr gut. Ah, jetzt sterbe ich, jetzt sterbe ich. Ah, fuck. Ich wollte eine Maus noch abschießen, aber hat doch nicht geklappt. Ah, jetzt ist aber der Tod. Sehr gut. Wir gewinnen wieder. Sehr gut. Bravo. Aber ich hab Rang C. Aber schauen wir mal, wie viel lang... Wie lange. Denn, weil wenn wir wieder verlieren, können wir natürlich wieder runterkommen auf Rang B C minus. Ja. So ist das hier. Aber wisst ihr was? Einen Kampf mache ich noch. Einen Kampf mache ich noch. Weil es mich so richtig bock, weil sonst der Part eigentlich zu kurz wäre. Also noch ein Kampf und dann... Ja, was ist für diesen Part? So, weiter geht's. Auf dem Kofferfischlager. Viel Glück, Pat. Danke, danke. Werde ich haben. Yes. Boah, zweite Entfernung gleichzeitig. Alter Schwede. Wenn das nicht wehgetan hat, ne? So muss gleich etwas passieren, sonst wird es langweilig. Glaube ich. Okay, ich sollte nicht zu laut reden. Was? Habt ihr recht. Komm, Gegner. Erstmal da eins abschießen. Ach, das war nicht gut gezielt. Jetzt aber kam da da auf. So, erst mal da bisschen einsprühen. Und dann, ja. Haben wir gewonnen. Hm. Ich geh mal da hoch. Ah, da ist einer. Scheiße. Noch zuletzt gestorben, aber... Ist mir sowas von wurscht. Wir haben gewonnen. Hm, 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 hm. Mal wieder. Bäms. Doom, 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 doom. Ah, jetzt bekommt man auch mehr Punkte, sehe ich gerade. Also umso mehr man aufsteigt, umso mehr Punkte man... Und Sieg bekommt man jetzt so 15. Und bei einer Niederlage 10 oder... Wahrscheinlich. Eine neue Ausgabe der Nachrichten ist verfügbar. Okay, das heißt, die neue Stage, also neue Stage sind jetzt verfügbar. Ja, das heißt, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Fall wieder bei Splatoon in dem Standardkampfmodus. Mal wieder. Ähm, und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschaui, Leute.